YouTube vs. TV Der kleine feine Unterschied Ah, meine Gehaltsabrechnung für den letzten Monat. Boah, was? 30.000 Euro? Naja gut, ich hab ja auch nur zwei Tage gedreht, da kann man auch nicht so viel erwarten. Tja, das Business wird eben härter. Meckern ja alle im Moment über die schlechten Schauspieler-Gagen. Dummdi-Dummdi-Dumm So, Joyce, ich hab hier die Abrechnung von YouTube bekommen für den letzten Monat. Auf 50 Euro hab ich einen genommen? Ja, aber ich hatte dir ja noch das Geld für die Requisite vorgestreckt, ne? Das Equipment ausgeliehen, ja und für das Kollabo mit dem einen YouTuber hatte ich auch die Nutte bezahlt. Und bei dem einen Dreh ist mir ja die Lampe in den Computer gefallen. Und diese Urheberrechtsverletzung, das war ja auch noch teuer. Das heißt, ich würde jetzt noch 300 Euro von dir kriegen. Ah. Ey, Mittwoch, 23 Uhr ist es. Donnerstag muss das Video anladen, hast du eine Idee? Nee. Keine Ahnung. Es ist aber genug Zeit. Oh. Das war ein Fiss. Willst du auflecken? Können wir filmen? Wird sich das trauen? Können wir ein Backel draus machen? Dann haben wir ein Video. Weißt, ob wir jemanden sehen? Klar, die Leute wollen auch uns sehen. Mehr interessiert die doch nicht. Ja, ja, alles klar. Das sind dann Feuerzeuge. So, warte mal. Auf der zehnten Seite vom Drehbuch. Hier. Da müsste es sein. Genau, da dieser Satz. Na, wie geht's? Da habe ich mir überlegt, dass ich da die Emotionen nochmal klar reinschreibe. Weil das ist ganz wichtig. Dass man nicht einfach nur sagt, na, wie geht's? Sondern, dass es mehr so ein, na, wie geht's? Merkst du den Unterschied? Ja, das ist eine ganz, ganz andere Tiefe in dem Satz. Eine ganz, ganz andere Atmosphäre auch, ne? Da liegen Welten dazwischen. Das wäre wichtig, wenn wir das am Meeting am Donnerstag nochmal besprechen, weil der Dreh ist ja schon 2018. Oh! Ja. Ach, da haben wir natürlich Zeitdruck jetzt, ne? Ja, das wäre das bis 2018 noch schaffe. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ja. Hallo und herzlich willkommen... Warte mal, Joyce. Du hast deinen ganz fiesen Schatten im Gesicht. So ist super. Hallo und herzlich willkommen... Hi, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder Donnerstag. Oh, Mist. Ach, ist gut. Das reicht. Komm, können wir so nehmen. Okay. Hey, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder Donnerstag. Ich suche eine Bluse. Moment. Ich habe doch letztens eine weggeworfen. Vielleicht ist sie da noch. Ui. Oh, da ist sie ja. Bleh. Super. Neu. Soll ich dir die Bluse nochmal aufbügeln, Süße? Regie, kann mir mal jemand sagen, ob die Emotion eben gut war? Und Patrick, kannst du mir den Text für gleich geben, ja? Simone, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Lippenstift. Und könnte der Praktikant vielleicht Brötchen für alle holen, ich habe einen Riesenhunger, vielleicht so 100 Stück gemischt, das wäre super, ja? Und Timo, ich brauche einen Schluck Wasser, ich habe wirklich einen ganz trockenen Hals, ja? Dennis, Kurt, Kalle, Sarah. Guckt mal, was ich kann. Ich kann was ganz Tolles. Dieter, kannst du mir mal mit dem Camcorder helfen kommen? Dieter, kannst du Kaffee kochen? Dieter, könntest du bitte das Kostüm mitbringen? Dieter, mit dem Drehbuch war ich hier jetzt nicht zufrieden. Dieter, da musst du im Schnitt dann drauf achten. Und Dieter, wegen dem Gehalt, ne? Das kriegst du dann, wenn der Kanal mal erfolgreich ist, ne? Weißt du ja. Dieter? 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 Joyce, ich bin noch im Kindergarten. Die Mama hat mich nicht abgeholt. Ich kann heute nicht kommen. Super. Kann ich wieder alles alleine machen, ne? Aber das Gehalt, das kriegt der Dieter nicht, wenn der Kanal mal erfolgreich ist, sondern wenn er 18 ist und sich ein Konto einrichten kann. So, wie geht das jetzt hier? Das war's von Fernsehen vs. YouTube. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denn in dieser kleinen Satire steckt natürlich wie immer auch ein Funken Wahrheit oder auch ein bisschen mehr. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr solcher Topics sehen wollt von mir und mehr solcher Sketche vielleicht auch. Davon habe ich ja noch nicht so viele. Schreibt das mal in die Kommentare und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dieses Video teilt, teilt, teilt. Denn dann sehen es noch mehr Leute und ich weiß, dass es sich lohnt, davon noch mehr zu produzieren. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann das auch noch tun. Ich würde mich freuen. Tschüss. Bis nächsten Donnerstag. Peace out. Nur dieser Blick am Ende. Das verstehe ich nicht. Immer wie ein gesungengefickter Affe irgendwie. Mach einfach mal einen ganz ernsten Blick am Ende. Einen ganz ernsten Blick. Mach mal so, weißt du so. So, als du präsentierst da gerade was. Guck mal, keiner auf dem Blick vorhören. Ja, ist jetzt gut. Jetzt halt doch mal die Klappe. Stimme vor Brust. Soll ich dir die Bluse doch mal aufbügeln, Schätzchen? Du kannst doch cool gucken, oder? Du kannst... Aber nicht mit dem Scheiß. Scheiße. Was? Du sollst... Nein. So, oder? Nein, du sollst einfach... So? Soll ich die Bluse noch mal aufbügeln, Schätzchen? Soll ich die Bluse noch mal aufbügeln, Schätzchen? Soll ich die Bluse noch mal aufbügeln, Schätzchen?